Was geht Leute? Mein Name ist Loaded Danny B-B-B-B-Netsch und Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und ja, heute bin ich nicht alleine, denn heute bin ich mit einem anderen YouTuber am Start, der mich sozusagen groß gemacht hat, vielleicht nicht, aber er hat mir sehr, sehr geholfen auf meinem Weg auf YouTube. Und ja, stelle ich mal vor. Ja, ich bin der Max, ich meine, der ein oder andere wird mich vielleicht kennen. Vor einem Jahr oder so hatte ich noch mehr Abos als der Danny und habe... Was habe ich von dir hochgeladen? Diese Claymore-Verarschungs-Geschichte, ne? Ja, ja. Und seitdem bist du abgegangen wie Sau und habe ich mir gedacht, da müssen wir jetzt mal nochmal drüber reden, so, was dann da so passiert ist. Ich habe ihn auch ganz damals mal gesagt, das war wirklich lange her, Max, ich revanchiere mich nochmal bei dir, so. Und wenn ich irgendwann mal auch ein paar Abonnenten haben werde, dann werde ich dich auch supporten. Und das war tatsächlich nicht das einzige Mal, als mich der Max gepusht hat, denn er hat mich tatsächlich schon mal mit 5000 Abonnenten gedrückt. Das ist richtig, das ist richtig, das ist das Video, was du heute nicht mehr kennen willst, ja? Das ist das, wo du gesagt hast, oh, ist mir das Video bei dir. Das war, da hatte ich sowas, das hieß Schaufenster. Da habe ich ein paar Leute, wo ich gedacht habe, hey, die machen gescheite Sachen. Da habe ich gesagt, hier, ihr dürft bei mir ein Video machen. Da muss ich dazu sagen, damals war mein Channel in diesem Bereich wirklich so mit dem Krieger zusammen, so der Größte eigentlich. Und da habe ich ein paar Leute eingeladen, da war der Danny auch am Start. Du hast, glaube ich, MW2, mit der MP5, MW2 auf Highrise. Ja, genau, ja, genau, das war es. Irgendwie sowas, ja? Da hast du das aber noch ganz anderes gemacht, alles. Ja, das war halt so... Das war noch so voll seriös, alles. Das war extrem seriös und ich wusste, dass der Max so ein Showfenster macht. Und dann war ich so nach dem Motto, oh, jetzt muss ich unbedingt ein Gameplay erspielen. Dann habe ich in Fly for Alle, in Modern Warfare 2 ein 30 zu 0 bekommen. Und das war für mich wirklich extrem geil. Und dann habe ich das... Max, ich habe ein 30 zu 0, ne? Und kannst du bitte, bitte das Gameplay nehmen? So, weil ich war auch mal klein und ich wollte auch größer werden. Ich wollte Aufmerksamkeit wie jeder in der YouTuber heutzutage. Das war damals aber auch, muss man sagen, zu MW2-Zeiten, wenn du dann 30 zu 0 oder sowas hattest oder irgendwie sowas in der Richtung. Das war extremst geiles Gameplay. Hey, da ging dir voll einer drauf ab, ja? Also damals hast du gar nicht dran gedacht, so, hey, wir machen jetzt mal ein 180-5 oder irgendwie sowas, ja? Wenn du 30 zu 0 free for all oder sowas erspielst, dann bist du ausgeflippt. Ja, das war extrem krass. Und kannst du dir vorstellen, wie ich reagiert habe. 30 zu 0, what the fuck? Wie habe ich das denn bekommen, so? Und da bin ich schon wirklich ausgetickt. Und dann hat mir Max gesagt, er wollte nicht nur mein Gast Gameplay nehmen, sagt doch, ja, sei doch gleich in meinem Showfenster dabei. Und da bin ich wirklich ausgeflippt. Das ist ewig her. Ja, das ist ewig her. Ich gucke mal gerade, wann das gewesen ist. Könnt ihr ja mal nachsehen. Oder wenn du willst, können wir das ja auch mal verlinken. Wir können das gerne verlinken, ja. Ich finde es jetzt gerade nicht. Das müsste aber so 2011 oder sowas wahrscheinlich sogar gewesen sein. Also richtig, richtig lang her ist das Ganze. Ne, keine Ahnung, ich finde es jetzt nicht. Aber das ist wirklich schon ganz schön alt. Wie gesagt, da hattest du noch keine Titel mit schwerer als mein Penis und sowas. Da war das noch alles sehr seriös. Ne, heutzutage hat man sowas nötig. Heutzutage hat man sowas nötig, ja. Damals hatte ich sowas wie Modern Warfare 2, Bindestich, Fly for All auf High Race, 30 zu 0 oder sowas. Übel, ne, übelstes Gameplay hatte ich auch nicht mal, ne? Ja, damals waren die Maßstäbe an Gameplay noch ein bisschen anders. Also heute hast du, wie gesagt, heute läuft ja unter dem 185 oder sowas nix mehr. Damals hast du, ja vielleicht jetzt ein bisschen übertrieben, aber du weißt, was ich meine, ne? Ja, ich weiß noch nicht. Wenn du mal guckst, damals, da hast du tatsächlich Games hochgeladen. Da habe ich irgendwie Black Ops 1 gespielt, Team Deathmatch, was hatte ich da am Ende? Irgendwie 1, 3, 7. Das war eine geile Runde, ja. Da hat auch keiner was gesagt. Es war alleine gespielt, ohne Support, ohne alles. Da hast du dich gefreut damals. Ja, ich meine, der Grund ist einfach, weil mittlerweile ist es einfach so, dass es so viele gute Spieler draußen gibt. Ich persönlich denke einfach, ich war damals selber ein schlechter Spieler, ne, als ich angefangen habe. Ne, da war ich schon gut, aber bevor ich angefangen habe mit YouTube, war ich wirklich schlecht. Ich habe mit Modern Warfare 2-Zeiten angefangen und ich habe mir einfach YouTuber angesehen, die wirklich richtig geil gespielt haben. Und so wurde ich auch besser. Mir fällt es so oft, bei Call of Duty wird man besser, wenn man anderen guten Leuten zuschaut. Auch, auch, denke ich. Also, ich glaube, das ist, es ist natürlich, was man nie ersetzen kann, ist, wenn man das Ganze selbst spielt, ja. Das ist wie in anderen Spielen, wenn ich den ganzen Tag Streams gucke, wäre ich auch nicht unbedingt besser. Aber man konnte sich damals auf jeden Fall Sachen abgucken, das steht außer Frage. Und ich weiß es ja, das hast du mir damals auch erzählt, du warst da so ein kleiner Sandy Ravage-Fan. Ich? Nein, das war Rampage Striker. Ach, so flinkst du das jetzt gerade irgendwie durch, oder? Ähm, da, ich weiß drauf, gibt es den überhaupt noch? Ich glaube, den gibt es gar nicht, oder? Ich glaube, den gibt es da nicht. Aber von dem habe ich auch ein paar Videos gesehen. Aber, ähm, nee, von dem war ich nicht so. Das war ein Typ, der hieß Rampage Striker, der war ein extremer Fan davon. Und der hat auch diese Montagen gemacht. Ich glaube, du hast mich mit ihm verwechselt. Das kann sein, ja. Das kann sein, dass ich das durchsander bringe, ja. Ja, ich glaube auch. Aber ich habe auch ein paar Videos von Sandy Ravage gesehen. Das war damals ja ein Highlight, der Typ. Der war richtig, erfolgt, also der war wirklich, ähm, richtig krass. Der hat nämlich so Rockmusik hinterlegt. Und dann noch von Juke im Sound und sowas. Das war wirklich ein Highlight. So hat das alles angefangen. Ähm, ja. Und, ähm, da merkt man einfach, wenn man gute Gameplays damals gebracht hat, dann, ähm, ja, kann man, es gibt einfach zu viele Leute, die schon gute Gameplays liefern können. Und das ist halt das Problem. Das ist auch die Ansprüche. Wie ich gerade sage, die Ansprüche der Leute sind ein bisschen anders. Und ich habe das Gefühl, ähm, du kannst das heute kaum noch schaffen, wenn du tatsächlich wirklich, ich nenne es jetzt mal, ehrliche Gameplays machst, dass du sagst, ich setze mich jetzt alleine hin, ich fange jetzt an zu spielen. Du hast keine Chance, wenn ich da Leute sehe, die wirklich mit einem ganzen Vierer, Fünfer Squad da anrücken, ja, alle Support spielen, man selbst der Einzige mit Assault-Streak ist, äh, weißt du, da kannst du nicht mithalten, ja. Und das, um jetzt mal ein bisschen überzuleiten zu einem Thema, was von uns, wir haben uns tatsächlich mal aus, haben zwar jetzt ein Thema ausgedacht vorher, ähm, so mal ein bisschen überzuleiten. Du hast auch, egal was du machst bei den Gameplays, du hast Geflame ohne Ende, ja. Du spielst nur gegen Noobs, oder, das ist natürlich die liebste Sache, du bist selber schlecht, was weiß ich, Apokalyptorette ist besser, äh, Elotix ist besser, ähm, so weißt du, kennst das ja, ja. Gut, bei dir ist es jetzt nicht mal ganz so wild, ähm, du bist ja ein bisschen weggegangen von dieser, ich mach hier die, die Owner-Gameplay-Schiene, äh, wenn du, wenn du das machst so, dann ist das Geflame echt groß. Ja, das ist auch das Thema, was wir mit eingepackt haben, und zwar sind es Flamer und so weiter und so fort, und ich glaube bei mir, ja, ich glaube nicht nur, es ist einfach so, bei mir ist es auch schlimm, aber erst bei Max. Ja, ähm, das ist auf jeden Fall so. Das ist auf jeden Fall so. Ich hab viel, viel mehr Flamer, aber ich denke auch, das liegt daran, weil ich jüngere Abonnenten habe. Ähm, natürlich, man kann, der größte Teil ist natürlich normal, ist einfach so. Aber es gibt ein ziemlich, man kann auch nicht sagen, es sind wenige Leute gerade, es gibt sogar ziemlich viele Leute, die flamen einfach verdammt nochmal alles, die, wirklich, jeder einzelne negative Punkt, den erwähnen sie in den Kommentaren, und das, was mir aufgefallen ist, Hater tendieren mehr dazu, in die Kommentare zu schreiben, das Video ist scheiße, als ein Fan dazu tendiert, zu sagen, das Video war geil. Ja, 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 es kommt drauf an. Ähm, also ich denke erstens, man merkt sich das natürlich deutlich mehr, wenn jetzt einer total am Rumhaten ist, aber eins darf man nicht vergessen, das ist eine Sache, die ich auch irgendwie lange Zeit nicht so, nicht so ganz befolgt habe, oder vielleicht selbst nicht so ganz kapiert habe, ist, dass tatsächlich Leute, die richtig rumflamen, ähm, oftmals, tatsächlich die treuesten Zuschauer sind, ja, die gucken sich alles an, nur um nicht zu flame am Ende. Genau, das verstehe ich auch nicht so wirklich, ähm, aber es ist einfach so, die meisten Flamer, das sind wirklich die treuesten Fans, und die schauen wirklich jedes einzelne Video, haten es dann zwar, aber trotzdem, ähm, ja, helfen sie uns ja irgendwie auch damit, ohne dass sie es wissen. Ich verstehe aber auch nicht, wieso, ich weiß es selber nicht. Das konnte ich bis jetzt auch noch nicht ergründen, warum das manche Leute machen, ob sie langweilig ist, ob sie das geil finden, manchen geht ja vielleicht voll einer Ball ab, irgendwie, wenn sie jetzt sagen können, oh, ich habe auch einen Max geflamed, ich habe auch einen Danny geflamed, wen auch immer, ähm, aber ich muss sagen, das Thema ist ja auf meinem Wiss gewachsen, erstens habe ich ein Video dazu gemacht, wie das bei mir ist, und mir ist bei dir halt aufgefallen, du hast da schon, wenn man das so mit anderen Channels vergleicht, relativ viele, und man muss sich wirklich fragen, woran liegt das? Kann ich es dir sagen? Ja, dann sag mal, ich habe da auch so meine Theorie zu. Ja, also zum einen liegt es natürlich daran, ich glaube, ich habe ein bisschen jüngere Fans, und ich mache etwas, was nicht gerade sachlich ist auf YouTube, ich mache etwas, was einfach nicht jedem gefällt, da bin ich auch ganz stolz drauf, dass ich nicht jedem gefalle, sondern nur einer bestimmten Zielgruppe, und, ähm, ja, ich rede halt über Frauen, und bei Frauen ist natürlich das Thema immer so, ähm, ja, wie soll ich sagen, ja, du hast doch gar keine Ahnung von den Frauen, und, ähm, ja, das ist einfach, ja, das ist einfach der Grund irgendwie, ich, ich weiß nicht, ich glaube, wenn ich ältere Zuschauer hätte, dann wäre das nicht so. Ja, also, ich denke einmal zum Ersten, dass das mit Sicherheit daran liegt, dass du relativ viele junge Zuschauer hast, aber, muss man auch ganz klar sagen, habe ich ja letztens in meinem Video gesagt, man tendiert immer so dazu, dass man sagt, so höh, so nach dem Motto, alle 13-jährigen Scheißflamer. Ist ja gar nicht so, ist ja gar nicht so. Ich könnte mir vorstellen, der überwiegende Teil der Leute ist tatsächlich ganz normal im Kopf, aber, ähm, es gibt da bestimmt in dieser Altersgruppe einen erhöhten Prozentsatz, Leute, die nichts anderes zu tun haben, wie einfach sinnlos rumzuflamen, die sich dann dabei geil fühlen, wenn sie das machen, und wie es so ist bei allen anderen, die Leute, die das gut finden und so, die schreiben zum größten Teil einfach gar nichts, ja, die gucken sich das Video an, denken sich, hey, cool, aber du hast halt auch echt welche, die gehen da drauf ab, und ich denke mal auch, dass, wie du gerade gesagt hast, deine Themenwahl da teilweise schon, vor allem, wenn ich mir die Titel teilweise angucke, wie gesagt, schwerer als mein Penis oder sowas in der Richtung, da sind halt Titel, die ziehen schon solche Leute teilweise irgendwie schon so ein bisschen an, ja, und man muss auch sagen, ähm, du legst ja dann schon mit manchen Sachen ja auch ein bisschen drauf an, ja, ich denke, du rechnest da wahrscheinlich im Vorfeld auch schon mit, dass da wieder irgendwelche Leute rumflamen werden. Hm, das ist ja auch so, ich weiß ja, dass ich in meinen Videos ziemlich arrogant manchmal rüberkomme, ähm, ich glaube, das ist auch so ein Teil, ist dir schon mal aufgefallen, wenn ich mir meine eigenen Videos anschaue, dann, ich kann das auch schon zum Teil verstehen, muss ich sagen, weil guck mal, wäre ich jetzt ein normaler Zuschauer, ne, würde ich da irgend so einen Typen sehen, namens Danny Burnage, mit so einem komischen Inzo, und, ähm, dann dreht er irgendwas über Frauen, und, kommt noch extrem arrogant rüber, ähm, dann würde ich den vielleicht sogar auch flamen, ich kann das schon mit, ich kann das verstehen, weißt du, ähm, ja schon, aber, das ist meine Unterhaltungsart, so, so bin ich in meinen Videos, und, äh, das ist ein guter Stichpunkt, ich glaube, wir können jetzt, wenn wir hier wirklich, ähm, mal, das Ganze mal ehrlich, ehrlich klären, ähm, wir haben jetzt da schon ein bisschen im Skype geschwätzt, und, es ist für mich extrem auffällig, dass du halt einfach in den Videos, sag mal, deine Danny Burnage Rolle hast, ja, die hast du einfach, wenn wir im Skype telefoniert haben, du flippst da nicht so aus wie im Video, ja, du bist da eigentlich, du bist da eigentlich ganz anders, und ich merke das jetzt auch, wie wir hier auf den Aufnahmeknopf gedrückt haben, bist du halt Danny Burnage, so wie das viele andere auch machen, und, da gehört es halt einfach dazu, dass du so bist, wie du bist in den Videos. Ja, das ist aber auch nicht irgendwie, ähm, das hat alles damit zu tun, dass ich irgendwie, das ist immer so, wenn ich auf Aufnahme drücke, bin ich ein ganz anderer Mensch, das ist automatisch so, ich will mich nicht verstellen, aber nach dem Moment, an dem ich mein Info sage, bin ich einfach ein anderer Mensch, und, äh, das hält dann natürlich auch nicht an, wie Max sagt, wenn ich mit ihm telefoniere, Das ist wirklich auffällig, ja. Ja, aber was ich bei dir, was mir bei dir aufgefallen ist, du bist eigentlich, ähm, ja, so wie du bist einfach. Ich mach da auch keinen, keinen großen Akt draus, das ist mir viel zu kompliziert, irgendwie. Ja, Max ist, ich telefoniere mit ihm, er ist genauso wie in seinen Videos. Bei mir ist das so, ich, ich wirklich, ich plane das nicht mal vorher, bei mir ist es, ich bin einfach ein anderer Mensch, wenn ich auf den Aufnahme-Knopf drücke, jetzt nicht so anders, aber ich glaube, ich bin noch ein bisschen lauter, ein bisschen aufnahm, und, äh, vor allem machst du deutlich weniger Pausen, als sonst, ne. Aber du bist, du bist nicht der Einzige, kann ich sagen, also ich habe ja noch mit ein paar Leuten jetzt mittlerweile was aufgenommen, ähm, es ist bei vielen so, dass sie, wenn, wenn du vorher normal mit den Leuten redest in Skype, und wenn du dann mit ihnen was aufnimmst, dass du merkst, sobald man den Aufnahmeknopf drückst, merkst du, dass die Leute ein bisschen nervös werden und dann so ihre, ihre, ihre Videostimme so, so machen, weißt du so, das ist, das ist bei vielen so, und das ist, ja, es gehört halt, gehört halt irgendwo, irgendwo auch dabei. Ähm, eine Sache, ich will nur kurze, kurze Unterscheidung machen, weil wir ja gesagt haben, hier die einen Flamen immer, die einen haten immer, ähm, so, wie mir das so über die Jahre jetzt so aufgefallen ist, ich finde, es gibt da so einen kleinen Unterschied, ich weiß nicht, wie ich es einteilen soll, so in Flamer Hater, es gibt wirklich die Leute, die hassen dich abgrundtief, ja, also die finden dich richtig scheiße, das, das sind so Leute, ähm, so die, die aus ihrem Innersten sind die der Überzeugung, du bist scheiße, ja, ähm, und es gibt so, und es gibt so die Berufshater, sag ich mal, denen macht das Spaß, die meinen das vielleicht gar nicht mal so, die brauchen das aber, die schreiben dann so unter, unter jedes Video, auf jedem Channel, Danny Burns ist schwul, bei mir der Beweis, oder irgendwie sowas in der Richtung, da hab ich viele von, das, okay, da gibt's, ich, ich hab einen Eintrag bei mir auf der Blacklist in den Kommentaren, gibt's jetzt da mit toller Google+, gibt's jetzt da so eine Blacklist, und ich hab einen Eintrag, das ist irgendein Typ, der hat immer irgendwas geschrieben auf dem Channel, Danny Burns ist ein Nazi, bei mir der Beweis, oder sowas, das ist das alles, die weiß, die Blackliste, bei mir war das auch, ja, der hat das überall gepostet, was ist ein Schwachsinn, wenn man, kriegen die Leute sonst keine eigene Videos auf die Reihe, ohne dass jetzt irgendwie, was sich von anderen da ranziehen müssen. Das, das wollte ich auch erwähnen, ja, das wollte ich auch erwähnen, ich verstehe man nicht, wieso es gibt Leute gibt, es gibt nämlich schon einen Typen, ich will jetzt seinen Namen nicht erwähnen, es ist ja quasi, ich gebe mir ja nur damit Aufmerksamkeit, aber ich hab so sein Video gesehen, und er hat versucht, irgendwelche Argumente zu bringen, die ich irgendwie gar nicht verstanden habe, und ich glaube, das Einzige, worum es ihm ging, ist, meinen Namen in den Titel zu schreiben. Das gibt's, ja. Ich verstehe das auch gar nicht so wirklich, weil, ich persönlich würde niemals, in meinem Leben, ein Video über einen Ansinn machen, und, nee, würde ich nicht machen, würde ich einfach nicht machen, und erst recht nicht negativ, denn, je mehr solche Videos auf YouTube sind, desto mehr gibt ihr dem YouTuber Aufmerksamkeit, und, wenn ihr die Person nicht mögt, dann mögt ihr sie einfach nicht, aber behaltet es für euch, weil, es ist so, ja, viele Leute versuchen auch tatsächlich, Leute auf ihren Channel zu locken, weil sie jetzt, Danny Burnett, das heißt jetzt meinen Titel, schreiben, ja, dir wird ja aufgefallen sein, wahrscheinlich, dass in so einem letzten Jahr, in den letzten eineinhalb Jahren, als so bestimmte Channels, wirklich relativ groß geworden sind, es ganz viele Videos gibt, die anfangen mit, meine Meinung über, und da kommt, da steht dann da irgendein Typ drin, der jetzt einen relativ großen Channel hat, ja, das können sie alles, das kann zu sein sein, kann, kann Krong sein, Commander Krieger, ich bin's auch ab und zu mal, ja, aber, das, einfach nur, dass in dem Titel drin steht, ganz fett der Name irgendwie, und dann erzählt man dann da irgendein Zeug, und das sind ja meistens Leute, ich hab ja da gar kein Problem mit, wenn jetzt wirklich irgendjemand sagt, hey, guck mal, ich guck mir jetzt den Kanal von Max an, oder es guckt irgendwie ein Dein Kanal an, du machst dann ein Video drüber, und sagt wirklich hier, so nach dem Motto, Videoqualität ist blöd, dafür ist das gut, und das ist ja in Ordnung, aber es sind dann meistens Leute, die einfach aufnehmen, irgendwas erzählen, was überhaupt keine Hand und Fuß hat, ja, die fangen an so, ja, Danny ist scheiße, so, geht das dann los, weißt du, dann sagst du, okay, das ist jetzt natürlich meine Meinung über, ja, ganz klar. Ja, das ist genau das Problem, und, ähm, ich hab mich schon mittlerweile dran gewöhnt, äh, denn, ich weiß nicht, damals war es auch so, ich hab mich wirklich aufgeregt, wenn mich jemand gehatet hat, in den Kommentaren, ähm, und ich hab ihn nicht mal blockiert, ich hab ihn sogar noch geantwortet, so war in meinen Zeiten, dass ich so angefangen habe, und mittlerweile blockiere ich einfach die Person, und, äh, ganz normal geht's weiter, und ich mach weiter Videos für meine, ja, für meine Fans. Was mir einfach aufgefallen ist, Max, ähm, Max ist eine Person, ähm, das würde euch auch aufgefallen sein, wenn ihr aufs, du bist so, du bist genau so wie am Anfang, was mir aufgefallen ist, du bist genau der Max, den ich damals kennengelernt habe, äh, vom, zieht euch das einfach mal rein, vom ersten Video, natürlich hat sich die Qualität und sowas verändert, aber im Großen und Ganzen, bist du gleich geblieben? Ja, denke ich auch, also, du bist einer der einzigen Personen, auf ganz YouTube, der gleich geblieben ist, und das finde ich übel krass, weil ich hab mich natürlich übel verändert, ich glaube, ich war am Anfang extrem ruhig, dann, ähm, ja, hab ich meine Verarsche-Videos gemacht, dann rede ich über Mädels, und, ich weiß nicht, ich hab mich immer in meiner, du bist einfach genau gleich geblieben, was mir aufgefallen ist. Ich denke mal, das liegt auch einfach daran, dass ich eigentlich, ich mach ja von Anfang an bis jetzt, sag mal, relativ ähnliche Videos, das sind eigentlich die Videos, die ihr schon immer machen wollt, ähm, und dementsprechend hab ich halt genauso angefangen, und mach das jetzt weiter, also, es, es käme jetzt ja auch ein bisschen blöd, sag ich mal, wenn ich jetzt nach drei Jahren, ja doch, sind jetzt, ohn scheiße, schon über drei Jahre jetzt, ähm, wenn ich jetzt auf einmal irgendwie mit was anderem anfangen würde, und warum sollte ich's machen? Klar, es gibt mittlerweile auf YouTube viele Sachen, die mehr Views generieren, weil sie vielleicht eine Gruppe ansprechen, wo es halt einfach mehr Leute von gibt, aber ich sag dir ganz ehrlich, ich bin froh, dass ich Videos machen kann, die mir gefallen, und dass es Leute gibt, die die Videos gucken, es gibt eben nicht zu wenig Leute, die die Videos gucken, und es gibt für mich überhaupt keinen Grund, was anderes zu machen, weil ich hab gar keinen Bock, was anderes zu machen. Ja, so sehe ich das auch, ja. Ja, Ich muss dich eine Sache noch fragen kurz, weil du gerade gesagt hast, du banst die Leute einfach, wie viele Leute banst du am Tag? Oh, also es sind wirklich viele, so zum Beispiel, eigentlich banne ich sehr, sehr ungern, weil ich mir denke, okay, er hat nicht mal einen Bann verdient, ähm, aber, ja, ich banne ungefähr, eigentlich ziemlich wenig, so zehn vielleicht höchstens. Okay, ja. Also es sind nicht viele, ich hab, ich kam mir manchmal vor, ich mache auch sehr ungern Videos auf anderen Kanälen, muss ich dir sagen, weil ich bin mir sicher, dass wenn ich auf deinem Kanal bin, die Leute denken, oh nee, nicht Danny Burnish, und so weiter und so fort. Das ist so, ja, also wir haben ja vor einem Jahr oder so mal irgendwas gemacht, wo ich dich angerufen habe, wo du noch Besuch hattest, wo du danach dann irgendwie, irgendwo ihr erst mal Pizza gefordert habt, aber da haben wir ein Video gemacht, da war relativ viel im Vergleich zu anderen Videos, ja, wo sich dann drüber aufgeregt haben, so nach dem Motto, oh, Max, du bist doch so seriös, warum machst du denn jetzt was mit dem dummen Danny und so was? Ja, genau, ja, das ist so, und zum Beispiel, wenn ich auf dem Kanal, ich glaube, das war bei Tesco auf dem Kanal, bei Solution glaube ich auch, bei Allotrix und bei noch, weiß nicht genau wo, auf solchen Kanälen, da eben, ja, wie soll ich sagen, die Bewertung und die Klicks sind zwar ganz gut dann auch, aber es gibt halt sehr, sehr viele Kommentare, wo die Leute einfach sagen, nee, nicht mit dem, ja, und ich kann es auch zum Teil verstehen, ich persönlich will auch nicht von jedem gemocht werden, das ist gar nicht mein Ziel auf YouTube, ich will einfach nur meinen Spaß haben, über das reden, was mich interessiert, und so machst du das ja auch, ja, und, ich glaube, das ist auch ohne Mist, ähm, ich glaube, das ist auch das Einzige, wie man das tatsächlich längere Zeit machen kann, wenn man wirklich über das erzählt, was, womit man sich selbst beschäftigt, und wenn man nicht anfängt, irgendwie, so großartige Show abzuziehen, ja, also, ja, ich glaube, anders funktioniert das einfach gar nicht, aber du musst das machen, was dir Spaß macht, klar, bei dir gehört jetzt dazu, dass du Danny Burnage bist, wenn du Videos machst, aber es ist halt das, was du machen willst, und, ähm, ich denke mal, selbst mal angenommen, es wird jetzt auf einen Schlag, alle Leute 30 plus, ja, und alle sagen jetzt, hey, aha, die Videos von Danny, die habe ich ja vor 15 Jahren geguckt, die gucke ich mir jetzt nicht mehr an, ähm, entweder bist du dann selbst älter, dass du auch andere Videos machst, oder du wirst die Videos, du wirst dann wahrscheinlich immer noch Videos machen, wo du Bock drauf hast, könnte ich mir zumindest vorstellen. Ja, also, ich werde auf jeden Fall noch lange YouTube machen, denke ich. Ja, aktuell läuft es ja auch nicht schlecht, du hast ja echt keinen Grund, das irgendwie aufzuhören. Nee, es läuft halt ganz gut, ähm, und, ähm, ja, ganz genau, also, ich bedanke mich, also, ich weiß nicht, wollen wir noch weiter reden, oder, also, wir reden schon extrem lange. Wir sind 20 Minuten am Schwätzen schon, wir müssen eins, 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 wir haben letzten Silvester irgendwann, glaube ich, ne, haben wir irgendwie eineinhalb Stunden oder so geschwätzt noch, und, ja, 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 wir haben, ach, das war, ich glaube, wir, ich glaube, das war, ich weiß, doch, doch, das war letzten Silvester. Doch, haben wir, haben wir, ja, haben wir. Da haben wir übertrieben, übertrieben lang geschwätzt, ne, und da haben wir auch damals eigentlich schon geplant, wir müssen mal was zusammen aufnehmen, also, das ist schon so lange her, jetzt war das ein Jahr später. Das ist echt krass, ich glaube, da hatte ich noch 150.000 Bonnet oder so. Du hast noch weniger, ja, du hast noch weniger. Echt, noch weniger? Du hattest, du hattest zu dem Zeitpunkt, wo wir das letzte, du warst ja einmal bei mir auch auf dem Channel, äh, wo wir das Video gemacht haben, hattest du, glaube ich, noch ein bisschen weniger als ich, und du hast in 2012 übertrieben, irgendwie 150.000 oder so gemacht, glaube ich, gell? Ähm, ja, irgendwie sowas, du hast mich übertrieben abgehängt jetzt. Ja, aber, vielleicht soll ich eigentlich auch, vielleicht soll ich auch solche Videotitel machen. Würde ich dir empfehlen. Ne, also, ich bedanke mich auf jeden Fall bei Max auch, äh, für das Ganze, also, ich weiß nicht, ob ich damals groß geworden wäre ohne ihn, aber er hat mich halt bei 20.000 Bonnet mal gepusht, ich dachte, eine Verarsche, genau eine Verarsche, die könnt ihr euch auch bei Max reinziehen, ähm, gibt einfach Danny Burnish, Max, oder, keine Ahnung, irgendwie sucht einfach so einen Kanal. Irgendwas mit Claymore war das. Ja, genau, das war so eine Claymore-Verarsche, die durfte ich bei ihm hochladen, die hat mir, ich glaube, 3.000 bis 5.000 Abonnenten eingebracht. Das ging ab, ja. Da bin ich ausgetickt. Ich bin jede Sekunde aktualisiert, und jede Sekunde kam ein Abonnent dazu, und seit dem Moment habe ich mir gesagt, ich will mich bei dem Typen revanchieren, weil er mir wirklich geholfen hat. Deswegen, schaut auf jeden Fall auf seinen Kanal vorbei, checkt seine Videos aus, er macht halt sowas, ja, er macht eigentlich auch Call of Duty, eigentlich nur, er macht in letzter Zeit ein bisschen mehr Battlefield, wer allerdings auf Competitive Call of Duty steht, vielleicht an der Stelle auch mal ein bisschen Werbung zu machen, ist aber mir aktuell in Deutschland richtig. Ich lade in letzter Zeit relativ viel MLG-Gameplays hoch, von der Xbox mit SK Gaming zusammen. Wer sowas mag, kann sich das ja auf jeden Fall mal angucken, weil Battlefield mag, ist bei mir auch richtig, ähm, Und wer schwerer als mein Penis will, der bleibt dann beim Penny. Ja, was auch übel, ähm, klasse ist, du hast ja auch übel viele Abonnenten, du hast, ich glaube, irgendwie 200.000 oder sowas. 220 oder sowas, ja. Ja, 220.000, du musst dir mal vorstellen, das ist jetzt nicht nur, gut, vergleich dich mal nicht mit irgendeinem anderen YouTube-Kanal, aber 220.000 Leute abonnieren deinen Kanal, das ist einfach heftig, also, so schlecht kann ein Kontext gar nicht sein. Ne, ich denke auch, das kann man sich schon sehen lassen, was ich da fabriziere. Ich mache das jetzt ja auch schon drei Jahre lang, gab es ja nicht so viele damals so in dem Dreh rum, es gab echt nicht viele, es gab den Krieger, es gab den Kabu, ein paar, die es heute nicht mehr gibt, also es gab echt nicht so viele. Du bist ja erst ein bisschen später dazu gekommen, ich glaube, dich gibt es so Ende 2011, oder? Ja, ungefähr, kommt hin, ja. Ja, irgendwie so in dem Dreh. Genau. Na gut. Boah, alles klar, es haben wir lange geredet und ich bedanke mich fürs zu Ende schon. Wenn es euch gefallen hat, dann klickt den Daumen nach oben Button und dann habe ich noch eine Frage, die ihr in die Kommentare schreiben könnt und zwar, was für einen Grund gibt es, dass, ja, ich persönlich mehr, jetzt, naja, was heißt mehr gated werde, es gibt sogar noch viel mehr Leute, die noch mehr gated werden und ich persönlich, es ist wirklich noch bei mir an der Grenze, es geht noch, also, aber, was denkt ihr, komme ich zu arrogant rüber, eure Meinung in die Kommentare, Link in der Beschreibung zu MaxFPS und ich überlasse dir das Schlusswort. Das hast du dir von mir abgeguckt, stimmt's? Ja, das sage ich schon immer lange. Okay, ja, ich habe es schon immer gut. Keine Ahnung, ich finde das immer schwierig, das mit dem Schlusswort, das sage ich nämlich auch immer. Keine Ahnung, macht's gut, bis dann, tschüss. Okay, dann sage ich nur noch 3, 2, 1, tschüss. Bis zum nächsten Mal.